Ich will hier nirgendwo runterschwimmen. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Schon wieder ne Höhle gefunden. Ah nö ne. Gib mir mein Lehm. Da warten Skelette und alles auf mich. Ey! Wasser! Lass mich rauf! Du Spinne! Nein! Hilfe! Ich kann dir leider gerade nicht helfen. Ich bin nicht in deiner Nähe. Ey! Lass mich hier raus! Ah! So! Mein Gott! Ich find hier aber auch überall Höhlen. Da ist sogar noch eine. Geht's direkt so tief runter. Huiiii! Nein, da will ich jetzt nicht runter. Ich geh mal woanders hin. Hier sind mir zu viele Höhlen. Ich muss auch mal wieder was essen hier. Ein paar Äpfel oder so. Ja, ich hab leider nix mehr. Hat nicht gereicht. Na dann noch ein Brot hinterher. Da ist ein Lehmfeld, aber genau unter einer Eisscholle. Will ich das? Ich mach hier auch gerade Eis weg. Warte, das ging doch... Warte, das ging doch... Ging das nicht irgendwie so? Moment. Klappt das? Ja, das klappt. Perfekt. Irgendwie muss man nämlich das Eis davon abhalten, äh... ...sich wieder neu zu formieren. Mhm. Setz da einfach einen Erdblock rein mit einer Fackel drauf. Genial, ne? Ein Erdblock mit? Na Fackel drauf. Aha. Stimmt, Fackeln hält, äh... ...das Ganze gut ab. So, da hinten ist nochmal ein bisschen Lehm. Was ich vergessen habe mitzunehmen. Gib her. Sonst gibt's Schläge. So, jetzt geht die Fackel wieder weg. Hey, ist sie jetzt da unten, oder was? Muss sie. Naja. Ja, und schon wird's... ...geht's wieder zu. Naja, ich war ja... ...schnell genug. Ist das auch Lehm hier? Das ist doch auch Lehm, oder? Ja, das ist alles Erde. Das ist auch alles Erde. So, ich hab hier grad gut Leben gefunden, also... ...ich hab, äh, ein paar Stacks. Ich auch. Das ist alles Erde. Jetzt mal wieder nach Hause finden, Dana. Scheiße, ich kann nicht mehr rennen, und es ist dunkel. Na toll. Hä? Was hab ich denn da jetzt gemacht? Ist das ein Steinblock, oder was? Ach, das war ein Cleanstone, scheiße. Was hab ich denn Cleanstone aus Versehen nicht hingesetzt? Na, hoch. Hey, wo ist das? Hier? Hallo? Hallo? Danke. Ich kann nicht mehr rennen. Mal hier ein bisschen drumherum abbauen. Hey, Strömung! Lass mich in Ruhe! Boah, ich brauch was zu fressen. Können wir mal Melonsamen anbauen. Die Games war immer nur ein Futter. Aber das ist ja... So, ich hab auch ein paar Stacks Lehm jetzt. Boah, das sieht schon geil aus mit der Festung, die wir da gebaut haben. Da kommt nix durch, du. Das sag ich dir. Hahaha. So. Wie sieht das hier aus? Äh. So. So. Und das kommt hier wieder geerntet. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Öfen, kann das? Ja. Damit wir die Ziegel hier langsamer gebacken bekommen. So. So. Wo habe ich die denn jetzt da? Wo habe ich die denn jetzt reingelegt? Ach, was mache ich denn? Wir müssen einen anderen Platz finden, ne? Für die ganzen Sachen hier. Ja, das sieht ein bisschen doof aus. Ja, egal. Ist ja erstmal nur, äh... Damit hier mal gearbeitet wird. So, dann können wir nämlich schon mal gucken... Wie wir denn das Dach machen? Boah, das bringt ja gar nichts hier. Ich glaube mal 22 Ziegel. Wow. Ist ja unglaublich. Ich habe schon fast das Gefühl, als wenn wir alles geschafft hätten. Ich habe drei Ziegelsteine. Wow, na? 25. Jetzt werden wir aber langsam übermütig. Ja. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Wo ist denn da? Na, lass mich da rauf! Verdammte Axt! Was habe ich? Wo bist denn du schon wieder? Alter! Hä? Wo bist du? An der Dingens. Dingens? Ja, an der Kirche. Ach so. Ach, wie sieht das eigentlich aus mit Sand? Sand haben wir, haben wir auch noch Glas? Boah, ich blicke schon gar nicht mehr durch, wo wir irgendwas haben, ne? Muss auch nicht. Nö, nö. Das hat ja schon mal super funktioniert, würde ich sagen. Okay, Glas haben wir. Sieht schon fast fertig aus. Irgendwie noch nicht. Aber wir haben Sand. Sand ist gut für hinterher. Glas haben wir doch auch. Wo denn? Ich meine, wir hätten irgendwie zwei, drei Stacks Glas. Ach da! Brauchen wir ja auch. So, und dann brauchen wir ein bisschen Redstone. Was holst du denn hier immer die ganzen Ziegel raus, du Sau? Ich bin da hinten am Bauen und du nimmst dir die Ziegel, oder was? Ja, ich darf dir auch Ziegel nehmen. Tu mal hier Ziegel. Ja, sofort. Ich bin hier fleißig und du nimmst dir die Ziegel. Gib den Ziegel! Du Sau! Da, jetzt klatscht es gleich! Hallo! Ja, klar. Hol dir mal ein Stack Ziegel da raus. Super. Ja, ich hab auch abgetragen. Ich darf auch Ziegel haben. Nein, du baust aber nicht damit. Ich bin hier hinten am Bauen und du klaust mir die Ziegel aus den Öfen, du Sau. Ja. Dann leg die wenigstens irgendwo ab. Hä? Richtig so. Ja. Ähm. Glaub's ja nicht. Ach, scheiße. Jetzt bin ich schon wieder hier raufgelaufen. Ich mach mir die Box jetzt da oben hin. Komm mit. Komm mit, da hab ich gesagt, du blöde Box. So. Das können wir auch mal ausprobieren. Ja. Da ist dein Platz. Nirgendwo anders. So. So. Plopp. 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 Ich denke, das wird scheiße aussehen. Aber egal. Wir machen's jetzt einfach mal so. Scheiße aussehen kann ja immer noch gut sein. Ja. Nachrichten. Hier sollten wir vielleicht, na jetzt hab ich kein Holz mehr, hier sollten wir auch so einen Übergang machen. Soll ich dir Holz mitbringen? Ja. Und Ziegel. Ganz viele Ziegel, wenn du hast. Wenn ich habe. Ja. Hast du eh nicht, ne? Jetzt klaust du sie wieder aus den Öfen, ne? Ja. Wo soll ich den Satz her nehmen? Aus deinem Arsch! Ja, aber wir haben 64er Stack jetzt. Was ich dir mitbringe. Schön. Schön, ne? Ja. Super. Hast du denn noch nachgelegt? Oder holst du immer nur raus? Hab ich mir doch gedacht. So, guck. Nachgelegt. Äh, ich bin voll. Dann gib mir was. Was willst du dein Name? Ziegel, verdammt! Ziegel, verdammt! Halt. Halt er gleich an, ja. Nein. Gleich klatscht er, aber kein Beifall, das sag ich dir. Mach mal bitte hier Toggle Downfall. Toggle Downfall. Dann, äh, wenigstens zu einem bist du zu gebrauchen. Ja, siehst du mal. Ziegel, Dieb. Ich nenne dich jetzt nur noch Ziegel, Dieb. Ich hab keinen Platz mehr, verdammte Arzt. Richtig so. Ziegel, Dieb. Ach, scheiße, ist dir nur fünf. So. Aber ich bring gutes Zeugs hier. Hallo! Ich bring ruhig dich guten Stoff hier. Ich guck dich nicht mehr mit dem Arsch an. Stoff! Hier kommt dein Lieferant. Liebe Leute, bitte nicht falsch verstehen. Jetzt, wo hast du denn die Chestruhe hingetan? Ja, such. Such! Such! Alter! Wie soll ich dir denn hier irgendwas machen, wenn du hier alles klaust? Ja. Wo könnte diese Box wohl sein? Jetzt tu die wieder hier hin. Nö. Doch. Kannst du sowas von knicken? Die bleibt schön hier oben. Alter, jetzt tut die scheiß Box aus. Nö. Ich hab doch guten Stoff hier. Ja, tu mal her. Ja, ja. Tu mal her. Ja. Was hast du, hm? Zeig mal. Tu mal hier die Box hin. Ne, 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 ne. Zeig erstmal. Zeig mal, was du hast. Dann guck ich, ob ich dir die Box gebe. Jetzt komm mir nicht mit deinem verkrüppelten Glasblock da an. Wehe, du hast keine Ziegel dabei. Hast du Ziegel bei? Hm. Das sind keine Ziegel. Das ist ein Melotkerl. Ich lass dich nicht verarschen. So, du kriegst keine Box. Guck selber zu, wie du an eine Box kommst. Das ist meine. Hey. Nein, du kriegst die Ziegel nicht. Nein. Du Sau. Oh nein. Und nur, weil ich noch essen wollte unterwegs. Juhu. 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 Juhu.